Ups, da war die Aufnahme mal gecrashed. Aber wir müssten jetzt hier so ungefähr wieder an der richtigen Stelle sein, hoff ich doch. Hier ist ein Fischer. Gibt es auch noch aufs Maul oder was? Wann dann drauf? Naja. Also ob das alles, weil... ist, naja. Och ne... Warum denn immer Priester? Puh, ich schnapp mir den Mist. Kommt gleich wieder Feuer. Feuer à la Priester. Trau dich, da ist der Priester hier, Mann. Na lass wohl. Erst nach One on One machen. Wolle dein gescheitst Feuer, deine. Was ist das andere? Vor allem, ich will auch so eine Rüstung haben, Alter. Das dauert ja ewig. Na ja auch. Das ist ein Gemetze hier. Na, wer liegt jetzt am Boden? Na ja, wa? Genau. Wie kommt es nur, dass bisher niemand diese Echsenwesen gesehen hat? Vielleicht haben sie alle glauben lassen, dass es sie gar nicht gibt. Und wenn sie doch mal jemand gesehen hat? Dann war es vermutlich das Letzte, was derjenige je gesagt hat. Diese Mistkerne. Lass sie uns fertig machen. Naja, wenn du hier nicht so viel rumquetschen würdest... ... wären wir schon weiter. Ende, hallo. Kannst du mir mal jetzt bitte folgen, damit ich den auch noch... Genau. Ich weiß gar nicht, die hatte ich jetzt, Silber. Na. Gucken wir, was hier gibt. Zweimal links. Scheiße. Wo ist das? Boaah. Boah. Links links. So. Passt es. Okay, naja. Schwere Drohe für nichts. Das sind ja nur Echsenmenschen. Die sind ja nicht so schwer. Aber irgendwie haben die alle die gleiche Ausrüstung, das verstehe ich auch irgendwie nicht. Ich hatte eigentlich nicht vor, jetzt die Geschichte zu erzählen. Ja, Skelette. Jetzt die Viecher. Das hat nicht lange gedauern, bis ich tot bin. Ah, schon mal die 1 weg. Lauf, Forrest, Lauf. Hä? Kannst du dir mal in Ruhe lassen da, Alter? Und du mich? Ja. Meine Güte. Hm, sie ist ja runtergefallen. Und warum ist hier ein Skelett? Ich frag einfach nicht. Ich frag einfach nicht. Diese Ruinen machen mir Angst. Tatsächlich? Dann solltest du dir mal die Tempelruinen der Echsen ansehen. Die sind verängstigend. Mir reichen schon diese alten Gemäuer hier. Ja. Na, ha. Mal erst mal, was ich halt schon gemacht hab. Oh, das wird los. Ja. Hat's so. Ja. Ist auch irgendwie unsterblich. Ja. Was ist das? Ja. Ja. Na, ha. Zinn. Ja. 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 Dann beer's das ist ja... Na, ha. Ja. Ha. Noch einer. Jetzt ist ja mal ein Ende im Gelände. Das war's mit dem Vieh. Da ist wieder eins. Die sind alle voll auf die gecheckert, oder? Na komm. Meine Güte. Muss gleich mal gucken, wieviel XP ich eigentlich noch brauch. Wahrscheinlich nicht mehr allzu viel. Das ist wieder nächstes Level. Bist du modern da? Naja. Na ja doch. Oh, so führen auch wieder nicht. Das wird lustig, ja? In der Tat. Oh, wow. Da. Einer hat doch Lohmann. kommen doch jetzt ja hier ich meine Fresse treffe ich jetzt alle fünf Meter auf so ein komisches Vieh oder was meine Güte du kannst keine fünf Schritte gehen hier kannst du keine fünf Schritte gehen dann schauen hast du wieder in welchen komischen Elite kriege ich an einer Backe die macht das schon die halten auf so viel ausgetrücken aber auch sauviel wenn ich so viel außerhalb der scheiß Obsidian hat als ob das geht nicht ich brauche jemand noch an der Seite vielleicht ist lieber neu nachher wir haben ja schon lange wird schon gesehen Monomomento wir machen jetzt hier so richtig ähm wo es ist denn und sind noch Gefährten dazu oder Fred und dann geht's los das bringt ja auch nicht wirklich viel das ist ein Gemütze das ist ein Gemütze wo es Fred eigentlich in der alter also der hat auch schon mal mehr ausgegeben na gut gegen die Typen meine Güte her naja das ist schon der nächste das ist ja hm 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 er war ja einfach noch nö das hat der andere auf mich abgesehen oder wie fred penetriert in der ecke das ist ein schwert gibt es keine gratis schwerte in der tat ich denke wir hatten fred eigentlich da kann man richtig auf das ist